Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Ich wusste gar nicht, dass du kämpfst. Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Ich weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Du wünschst mir so gut aus. Super. Doch. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Äh, was machst du? Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sich ja weh. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten? Danke, Curries. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Kann nicht gut aus. Bestimmt war es nicht. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nie. Siehst du doch, klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen. Was gibt es da zu lachen? Der Ort ist im Arsch. Und wir sind am Arsch. Wir haben keine Chance. Behalt das lieber für dich. Ich werde überleben. Und wenn du das auch willst, dann streng dich lieber an. Oh, aber dass du faszinierst habe. Alles okay? Er braucht ne Minute. Nix okay. Ne Minute bringt uns nicht um. Wenn ihr mal Rageverkleid ist, wenn ihr das schön rot... ...die ist blass irgendwo so rot ist. Oh, danke Rachel, schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden. Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Okay. Warum bist du Physikerin geworden? Ich mein, du... Ich seh nicht so aus. Ganz genau. Ah, sollte ich etwa Nerd-Klamotten tragen? Das hab ich nicht gemeint. Du fällst nur aus dem Rahmen. Niemand hätte je gedacht, dass ich mal Wissenschaftlerin werde. Etwas nur für mich. Kommt mir bekannt vor. Wirklich? Ist nicht leicht als Queen Bitch. Glaubst du, ein nettes Lächeln hätte mich so weit gebracht? Und ich dachte, ihr Langlies wird auf dem Ponyhof aufgewachsen. Ponyhof? Hab mir den Arsch aufgerissen. Du glaubst, mein Spitzname macht mir was aus? Ich trag den Namen wie ein verdammtes Ehrenabzeichen. Die wissen nicht, welchen Scheiß ich durchgemacht hab, um's so weit zu schaffen. Jawohl. Ja. Und wie weit ist das genau? Bis in den nächsten Scheißladen, wenn ich ehrlich sein soll. Du und ich. Wir sind uns ähnlich. Wir haben beide getan, was zu tun war, um unser Ziel zu erreichen. Und das ist gut. Verständlich. Verriss. Was hat dir das Ding angetragen? Bitte! Bitte! Lass mich hier unten nicht allein! Ist schon gut. Ich bin hier. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Ich geh nicht weg. Versprochen. Aber sag mir, was los ist. Was hat dir das Ding angetan? Die können die nicht mitnehmen. Wenn die genauso wie Joey, haben wir ein Problem. Och Mann. Spiel. Warum haben wir so schwere Entscheidungen? Wir sind auf der falschen Seite der Schlucht. Das schaffen wir nie. Gib jetzt nicht auf! Wir müssen da rüber. Das Seil wird reißen. Warte! Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Wir wissen kaum was über die Dinge. Komm schon, Rachel. Verarsch mich nicht. Sieht nicht gut aus. Wahrheit wird überbewertet. Sollte ich mich... verwandeln... ...muss du mich töten. Wenn das passiert, töte ich nicht dich. Ich weiß es nicht. Scheiße! Ich lass es ablaufen. Hm. Ah, genau so hätte ich rechts gewählt. Nicht zu... Oh Mann, es tut mir leid. Aber es ist zu gefährlich. Die bringen uns nachher noch jemanden um. Sorry. Ich hab keinen NPCs hier rausgebracht. Ich weiß nicht, wer es ist. Alle tot. Na komm. So, dann kriegen wir die ganzen Jungs hier raus. Und Rachel. Geht aus, als hätten die da unten viel mehr Spaß, als wir hier oben. Over. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drinnen haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Geh auf Patrouille. Äh. Äh. Knickbruch. Gut, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Funde Katalog 1 von Hüchen. Immerher Funde beziehen sich auf den Fluch von Aramzim. Diese Predigt über die Beziehung zwischen Göttern und Königen stammt aus der Ur-3-Zeit Mesopotaliens. Aramzim ist ein arkadischer König, Enkel von Sargon, dem großen Gründer des arkadischen Reiches. Die historische Aufzeichnung zeigen Ihnen, er ist ein gläubiger Mann, der die Götter ehrte. Sorry. Der Mann, von dem die Fluggeschichte in der Rede ist, ist ein ganz anderer. Der mythologische Aramzim erinnert der biblischen Figur des Hiob und wurde von den Gottheiten verlassen. Er ist voller Zorn auf die Götter und führt den Göttern Krieg gegen sie. Auf solche Gottesleisterungen folgen Flüsche. Der erste davon manifestiert sich als Invasion der Götterischen Bergstämmer. Im Krieg folgt ein Hungersnot, die Aramzimts folgte Untergang weit. Die Moral ist, dass der Mensch das Leid ertragen muss, egal wie unbeschauerbar die Absichten der Götter sind. Die Aramzim hätte die Prüfung bestehen müssen, wie mühsam sie auch waren. Als Aramzim sich gegen die Götter stellte, kämpfte er einen Kampf, den er nicht gewinnen konnte. Ihre Funde sind immer noch begraben. Ihre Funde, Tontafel. Keilschrift an der Seite. Der Keilschrift an der Heiligen Gesang zur Abwehrbrüse der Geiste. A59 ist einmal gefunden. Tontafel in einer Sternenkonstellation. Und datiert, mesopotamisch. Die Konstellation sieht aus wie Setus. Hatten diese Sterne ein Bedeutung für die Tempelbrüster? Aber in der 43 Fragment eines hermetigen Zylindersiegels haben wir auch. Er zieht mit vertikalen Keilschrift rein, in der das Bild einer großen Götterischen Stadt umsollen. Die Akkader dachten, die Götter seien Dämonen. Dieser Fund deutet hier darauf hin, dass es für Sie da waren, als vorberichtet. Ich glaube, A29 haben wir uns auch. Dass die, äh, den gefunden hat. Salim. Nichts so weit. Wenn sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Ich sag's dir. Der Körnel würde seinen Arsch verlieren, wäre der nicht angewachsen. Ist unser neuer Freund da unten? Salim? Nee, der ist weg. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. R73. Schlachtentafel. Krankengeschichte. Namen Mary. Altergeschlecht. 13. Dezember. 0200 Uhr. Temperatur 38,06 Grad. Schwitzt. 200 Millimeter Kochsalzlösung. 3.30 Uhr. Puls 150. Patientin wach. Nicht ansprechbar. 11 Uhr. Patientin schwitzt und zeigt Anzeichen Gelbsucht. Nicht ansprechbar. 4 Mittelzeiten. Keine Wirkung. 12.15 Uhr. Kurzphase Klarheit. Sagt sie, habe Vision der Dunkelheit und können die Farbe rot schmecken. Vieles Wurst sein. 1 Uhr. Erwacht. Schreit über Monster der Dunkelheit. Fieber steigt. Thames zunehmend gelb verfärbt. 18 Uhr. Thames hat 3 Grad. Puls immer noch schnell. Ziegen 150. Schläft. Anmerkung. 2 Tage seit Kontakt zur Kreatur. Heute dauert es ungefähr 2 Tage. Von Hüten. Neue Funden zum Katalogisieren. Tonkrüge. Arkadisch. Viermal. Knochenpfeife. Dolch verziert. Sitzende. Nackte Statue. Sternensymbol. A. Punkt. J. Musik zur Verfolgungsarbeit. Piere. Ich wusste es. Die Probe trotz unserer Verständnis und Biologie. Wie lange leben diese Wesen schon unter unseren Füßen? Wachen sie alle paar hundert Jahrhunderte auf, um sich an uns zu laben? In Arkada waren sie ein Begriff, wenn auch nur aus alten Erinnerungen. Pazuzu ist eindeutig nach ihrem Vorbild entstanden. Ich vermute, dass die gesamte Folklore der Menschheit durch ihre Angriffe inspiriert wurde. Ein Urmythos, den alle Kulturen gemein haben. Der gefügte Dämon, der gehörte Satyr, der Menos Taurus. Der Vampir. Das war ziemlich cool, die Überlegung. Was hat das aus? Esches, ne? Ihr habt ja jetzt gesehen, was das für Kreaturen sind. Das ist ganz klar ähnlich wie Vampire. Das heißt, ja. Was welches steht einfach mal? Die kriegt auf den Kopf und sagt, die Monsters hier sind eigentlich der Grund, warum auch die Arkadier und so daran geglaubt haben. Weil sie diese Monster wirklich Kontakt mit denen hatten. Und dadurch wurden auch Vampire erfunden, weil es echt solche Kreaturen auf der Erde mal gab. Schon cool, finde ich. So, die Idee auch hier hinter dem Spiel. Aber das war am Ende die Kreaturen, wenn die ganze Spiel durchs... 9. September. Pullman meint, dass das Funkgerät wird das von der Welt der Taurus abschneiden. Aline kämpfte in, die Dämpfe von Nutsch ist. Ich persönlich gehe immer noch Zweifel an. Unlehrlich. Und ohne Beweise alle fächig sind. Ich kann im Moment legen, ich die unlehrlich. 30. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Alles klar, das war Teil 6. Da werden wir es alle gefunden. Sie fälschten Ausgrabung um Grabräuber abzulecken. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Das Ding wurde doch sabotiert. Hä? Aber warum? Kommt der hier. Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, rückzug. Drinnen ist es sicherer. Danke. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das. Das Feuerzeug nicht. Das hat nämlich Rachel. Wo ist mein Feuerzeug hier? Oh nein, jetzt rollt es. Scheiße. Was geht's? Es ist nichts. Komm, wir waren aber ehrlich. Jetzt war es nirgends kein Geheimnis. Wir haben ihm vorher gesagt, dass wir jemand anderen haben. Also Rachel, nicht ich. Also nicht wir. Nicht wir Zuschauer, nicht ihr Zuschauer nicht. Sondern Rachel meinte ich. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Zencom rufen können, dann ist es nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht. Ich bin kein Techniker. Möven hätte das hingekriegt. Ach was. Werd'voll, dass du. Hast wohl Pech gehabt. Das hat ihn. Das hat ihn nicht mehr reingucken. Hab ich gerade die Anwur hat. Da war der Höhe. Und dass ich zitter bleiben. Gucken wir uns am Ende an. Ich habe das ein paar Zuschauer. Oder wir haben die zwei. Ich habe das ein paar Zuschauer. Nein. Wir haben einen Signal. Da sind wir uns da zusammen. Wir sind hier. Du bist gut. Wir sind hier. Wenn du den Ruhigstum hast, du hast den Ruhigstum? Der Ruhigstum ist hier. Der Ruhigstum ist hier. Der Typ ist dumm. Das ist ein Arsch. Der Typ ist dumm. Sehr gut. Der Typ ist jetzt dabei. Fizelhaut. Scheiße. Der Typ ist wieder zum Laufen. Sofort. Ich brauche mehr Zeit. Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel. Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das. Lieutenant, ich... Ich sag dir, ich mach das. Los! Scheiße. Was haben wir mit Hilfe? Scheiße! Den schieße ich. Den... Schon gesagt. Hab ich ja eine NPCs von den Amerikanern auch getötet. Ne Salim. Wieder schauen. Weil der cool ist. Ich bin da eine Kräbe. Warte! Das Arschloch! Dann nehmen wir das so rein! Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los! Gebt mir Deckung! Seine Flanke! Seine Flanke! Seine Flanke! Da ist Müsch! Krieg keinen guten Schuss! Die Meistere Flanke! Keine Flanke! Wer ist mit sich? Ich werde mir die Flanke paintings befinden! Aus der Schadắng. Die Flanke! Wer sind wir? Ah! 20 cm. Deine Flanke! 30 cm. 15 cm. 30 cm. 15 cm. Selbst schuld, wenn er aber auf Salim hören würde. Das wird er sich schulen. Ich sehe keine Iraker. Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück. Hier drin geht es gleich richtig ab. Halt! Rachel? Rachel? Jawohl. Also. Du lebst? Überrascht dich das? Wo ist Eric? Rach? Tut mir so leid. Du hast die Regeln befolgt. Du hattest einfach keine andere Wahl. Gibt nichts zu diskutieren. Wir wären jetzt beide tot. Das musst du verstehen. Können wir? Erstes, oder? Sie sind nicht der hellste, Nick. Aber selbst sie müssen das verstehen. Ihr beide vögelt doch, oder? Jetzt schillt doch mal. Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Könne hin, könne her. Alter, jetzt... Nicht, Nick. Ich wollte warten, Eric. Ganz ehrlich, tut mir leid. Immer treu. Immer treu, was? Beim Kappen des Salz galt das wohl nicht. Freut mich, sie zu sehen. Dachte, sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger... ...haben irgendwas in sie reingepflanzt. Ich konnte's nicht riskieren. Musste sie zurücklassen. Du meinst, Clarice ist immer noch da draußen? Das ist nicht mehr, Clarice. Sie hat sich vor meinen Augen verwandelt. Ich glaub dir. Bei Joey war's nicht anders. Der Wache? Jeder Schuss muss sitzen. Leute! Rückzug zum Haupttempel! Ganz kurz, Leute. Sorge dafür's pausieren. Muss auch ganz kurz gucken. Ah, Eric geht aber mal noch. Brachte Eric schon bei, das wäre eine Verbindung. Siehst du? Bisschen, aber nur ehrlich. So. Und zwar, wo ich ganz kurz mal die Kursrichtung... ...und dann schauen, Salim hat er, dass die... ...katholisch auf Sonnenlicht reagierten. Badeilien und V-Lammer waren ein Autoposie. Gab's nicht da einen Amerikaner? Ich weiß nicht, dass er krank wurde, oder dass er abgrund zurückkommt. Ende der Kette. Stundenkessel, guck mal zurück, fahre raus, weil er sich mit Nick trifft. Ich hatte schon so was, dass er eine Tolle gefunden hat. Fahre rauskommt. Kabel und es kamen wieder zu... ...fanden wir jetzt zu da, okay. Also wir haben mal die Sachen an den Seiten festgemacht. Ganz, ganz, ganz einfach mal hacken. Wir müssen also durch die Mitte laufen, wenn wir jetzt abhauen. Ey, Seiten sind vermint. Jetzt geht's ab. Wir brauchen den Generator. Ohne ihn sind wir blind. Hälft mir! Von den Dingern darf kein Sieg durch! Die sind doch schon drin! Hier kommt niemand mehr rein. Egal, was auf der Einladung steht. Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Und da ist der Switch. Wir werden überhaupt jetzt kommen. Der coolste Features. Diese Dinge wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Die wollen hier rein! Die werden nicht halten! Das ist unser Haus! Wir bestimmen! Wer hat ihr Wichser nicht drauf! Wer hat ihr Wichser nicht drauf? Oh, scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Renten! Das ist was! Du wertlose Haufen Schrott! Wichtig ist, dass du gekriegst hast. Es ist Zeit für den Rückzug. Jemand was dagegen? Oh, die Lampe wieder, Gott sei Dank. Sie brechen durch die Grenze. Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit. Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte, ja. Okay, gehen wir in die Katakon, wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle machen los zum Astor. Wir sind durch. Let's go. Scheiße, ich bin. Egal. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Rücksuch decken hätten wir das. Habt ihr die Quatsch auch wieder gebiert, ey. Oh no. Ah ja, Feuer mögen sie nicht. Oh no. Bleibt in der Mitte! Ach, Jason hat's gesagt, sehr gut. Oh no. War gut. Wenn er da ist dann. Dann sind sie auch reingelaufen. Puff. Pff. 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 Leise. Glaub ich hör sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Pff. Pff. Wir sind in der Mitte. Pff. 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 Was ist da passiert? Mit Harakush! Nur ein Mox, Wackes Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was aber? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie können? Oma Biului! Sie entscheiden können. Wir brauchen Sie. Sie sind der Feind, Niki. Wir arbeiten zusammen. Es ist der einzige Weg. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helft! Denk nicht einmal dran. Geht, Jason! Der Feind, der Feind ist unter Freude! Der Feind, der Feind ist unter Freude! Der Feind ist unter Freude! Los, komm schon, Mann! Oh, shit. Hilf ihn! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! Was? 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 Wer war, immer? Was? Wo? Ja? Was? Der Feind ist der Kern. Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Ich kenne sich ja nicht perfekt aus, die Dinge. Überlebe den Angriff. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Das war für den. Oohh, 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 oohh. Er ist so ein Volk Kein Gruzifix, fahr den weg Kein Gruzifix Bist du? Bist du? Bist du? Oh lol Nein Scheiße Aber ist keiner gestorben Machen wir keine sterben Oh nein Jetzt muss ich still werden Schau 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 Ah! Jaaah! 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 Scheiße! Leg dich nie mit einem Marine an! Nice! Oh Salim! Das ist Salim! Sorry für den Aussprache! Ich komme in Frieden! Beweg dich ja nicht! Der Scheiß hier geht auf euch! Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier! Ich will dir wirklich nichts Böses! Ich schwörs! Ach was! Ich bin der mit der Knarre! Im Ernst! Ich bin froh einen Menschen zu sehen! Dieter! Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund! Das stimmt nicht immer aber wir überleben nur wenn wir zusammen kämpfen! Das Schwert und der Schild! Bisschen arg geschwollen! Aber gut! Alles klar! Ich würde sagen! Gucken wir mal ganz kurz die Beziehung an! Jason ist grad ziemlich hoch gegangen! Nick ist auch ziemlich gut! Welche ist noch neutral! Annika hat und gebräte die Katakomben, die irgendwo infizierte sie! Scheiße! Bauer keilt als eine Untoten zurück! Nick hat Joyce Verbandkasten gefunden! Nick wurde verletzt! Räumt! 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 Ah ja, gut! Das kreise ich aber auf patchen! Macht also nix! Gut Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge Ich danke für's fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Macht's gut, ciao, ciao Das war's für's Zusehen Where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld